Herzlich Willkommen. Das ist meine Folge hier. Was haben wir hier? Ich baue noch eine Tür. Ja, die ersten sind da. Ich habe alles aufgerüstet auf mögliche, die auch zumauern können. Oh, nein. Kann ich vorher speichern? Das ist immer die Frage, jetzt gehe ich hier leider nicht. Ich kann hier nur höchstens flüchten. Und zwar nur eine Etage höher. Obwohl ich mich dann sicherer fühlen könnte. Und zwar nur eine Etage höher. Und zwar nur eine Etage höher. Und zwar nicht so, aber auch nur eine Etage höher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist doch eklig. Ich brauche es zum Schluss noch. Wow. Ihr füllt paar Haare, Junge. Zangen fehlt. Wurden gehen, mein Gott nicht. Warten wir mal leben darf. Ein Anblick für die Götter. Ja, Paré heißt sie, wie ist sie jetzt, ne? Und immer stehen, noch knappe zwei Stunden. Ab vier Uhr ist ja ganz ruhiger. Die Augen leuchten, Junge. Wurde legen. Was ist das denn hier? Ey, die haben die Dinger kaputt gemacht. Meine Falter. Und einer ist noch heilig. Die anderen drei haben wir hier nicht gebraucht. Die Dinger. Juh! Na, das geht nicht. Da muss nur die Pyeongchang sein, ha ha ha! Ja! noch mehr unser einzeln kommt abgeballert werden aber ruhiger jetzt Na ja. Geht die Tür auch irgendwo? Scheiße! Wir reparieren ihn. Weil... Pappgarten ein bisschen... Ungünstig in Anführungszeichen. Weil auf 4 Uhr werden sie ein bisschen bewildert. Da muss ich ein bisschen verwirklicher sein. Jetzt zeigen wir noch alle, wo wir eine Motion herstellen. Pappgarten haben wir im Lager. Jo! Bleib liegen! Jo! So, ihr kommt nicht rein hier. Kann auch nicht weg, oder? Das Ding fließt ja nur, wenn ich da bin. Schuhe haben sie keine mehr an. Schuhe haben sie keine mehr an. Die grüne. Oh. Du hast den müssen undала. Oh nein! Oh nein. Oh nein! Oh ja! Nee! Hey! Hey! Ich... Ich... Sie ist schwarz, Leute. Können wir ja nicht machen, können wir gar nicht schießen, dann haben wir unser eigenes Gitterkettchen. So, ne halbe Stunde noch. So was ich schaffen soll. 38, 39, aber ich dachte schon, ich muss nach oben flüchten, das wird auch nicht viel zu gemacht, damit ich da, geht er weg, dass wir nach oben geflüchtet, dass wir nicht gleich nebenan alles kaputt machen, dann werden wir so wie wild hier umher gerannt und das wollte ich ja vermeiden. Meine Nagelpastole hat er wieder vermüllt. Wie wir die Rolle hier erschießen, wird keine andere Munition mehr. Darf nicht aus. Da kommt noch mehr. 49, Junge. 10 Minuten noch, dann haben wir es geschafft, dann werden wir langsamer, dann kann ich mir ein bisschen machen. das war alles beim Mann haben, ne. So, drei Punkte, da ist woviel ich mir hier aus, ne. So, drei Punkte, da ist woviel ich mir hier aus, ne. So, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir nicht mehr schnell, jetzt sollten wir dann eher ruhiger werden. So wieder her. Es wird hell draußen. Ich kann ja, ich kann ihn gehabt, da muss man noch größer sein. Komplikationskirchen. Dann werden wir sofort reparieren. Hier ist Licht aus. Kabel getrennt. Mal hier mal zu machen. So, das soll es für heute gewesen sein. Tschüss, Winkel, Winkel, tschau, tschau, tschau. Mal sehen, vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn ihr möchtet. Ich bin da. Noch einen schönen Dank fürs Anschauen. Tschüss.